So Freunde, da sind wir wieder hier bei The Long Dark und wir machen weiter mit unserem verzweifelten Kampf gegen die Müdigkeit und was weiß ich, keine Ahnung, beziehungsweise der drohenden Müdigkeit. Erstmal geht es jetzt zurück Richtung Staulamm. Fälle einsammeln. Dann brauchen wir Holz, wir brauchen alles, wir brauchen, ach hör auf ey, es ist nicht mal eben hier, äh, ich lauf dann mal los, hier würde Holz liegen, 45 Minuten, wie lange haben wir noch, 3 Stunden, komm, Holz brauchen wir, da geht kein Weg, dann vorbei, zwei, zack, zack, weiter geht's. Ja, wo das dämmert, herzlichen Glückwunsch. So noch was zum anmachen haben wir auch dabei. Habe ich mir jetzt eigentlich schon einen Bogen gebaut oder wollte ich mir einen Bogen bauen, wie war das denn? Blecheisen, hier mal so einen abgenutzten Pfeil und noch eine Schlinge, warum schleppe ich denn eine Schlinge mit mir auf? Ach, weil wir beim, beim Jägersmann waren, genau. So. Hatte ich nicht schon einen Bogen? Offensichtlich nicht. Nee. Das heißt, einen Bogen können wir uns auch noch basteln. Hopp. Muss ich gleich mal abchecken, was wir da alles für brauchen. Fleisch haben wir noch genug in Aussicht. Wir haben da unten noch einen Bogen fliegen, wir haben, äh, wo war das denn? An den ungestürzten Zügen haben wir noch einen. So. Jetzt heißt es mal Zeug einsammeln hier. Und das kannst du eben schnell verfahren. Also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, zack, die nehmen wir mit, wir nehmen 1, 2, 3. Und was brauchen wir dafür? Oh, jetzt sind wir auch ganz schön langsam. Nehmen wir so viel Zeug, ne? Das ist unfassbar. Schlinge, lasse ich hier. Schnur, Angelzeug. Da haben wir 3 von 4, ja. Die trockenen halt noch. Der Bärenfelschlafsack, das wird noch eine Herausforderung auf jeden Fall. Zerweilbogen. Wir brauchen getrockneter Ahornschössling. Und dann müssen wir da 5 drunter rumbasseln. Getrockneter Ahornschössling. Hier so ein Ding. Zack. Und dann könnten wir uns eigentlich auf die Socken machen. Nehmen wir noch so ein bisschen was von... Wir nehmen alles mit. Egal. Gebrauchen können wir es. Ausmachen. Magnesiumfackeln nehmen wir noch zur Sicherheit eine mit. So. Nehmen wir auch gleich mal in die Hand. Wie lange haben wir noch Zeit? 2 Stunden. Ok, das müssen wir schaffen. Wir haben was zum Feuermachen. Wir haben Futter dabei. Jede Menge Fleisch, wo nichts dran ist. Und wir sind überladen. Super Voraussetzung, würde ich sagen. Ach. Komm schon, ey. Echt jetzt? Ja, komm her. Mistvieh. Hier, verschwinde. Hau ab. Ok, der läuft aber ganz schön weit. Sollen wir recht sein. Ja, der Arm kommt, ich weiß. Ich muss noch ein ganzes Stück laufen. Was, 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 wo? Warte, 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 warte. Wo wäre der Mistvieh? Häßt er mich in Ruhe? Lass mich doch in Ruhe. Ja, bleib weg. Tschüss. Der kommt echt hinterher, ne? Ussi. Der ist echt schön hinterher gekommen. Doof sind die Viecher ja nicht. Setzen echt noch nach, ne? Unfassbar. Geh zurück schlafen hier, ist mir egal. So, manches Mal wünsche ich mir einfach so, dass man die Fackel ein bisschen anders halten kann. Oder ein Auge zu halten oder so, keine Ahnung, dass man hier nicht ständig in dieses Magnesium, diese Sprüherei da gucken muss. Das wär schon total toll. So, dann gucken wir uns gleich mal den Wolf an, den wir da vorne gelegt haben. Wie viel da noch dran ist an Fleisch. Da vorne liegt gar nicht. Ei, 5 Kilo, wie egal ist das denn? Das ist sensationell gut. Müdigkeit, ja, so langsam kommt's ja. Am einfachsten ist es ja nachts loszuziehen. Weil wir hier keine Gegend mehr haben, ne? Aber du siehst natürlich die Hand auch vor Augen nicht. Denn was ist ja immer. Wir machen gleich erstmal eine Bestandsaufnahme, wenn ich da in den... Ja, jetzt ist auch noch hier nachts angesagt. Leck mich am Arsch. Geht's hier schon runter? Sieht so aus, ne? Ach, hervorragend! Und da unten ist die Hütte, ja, sensational! Eigentlich ist das totaler Blödsinn jetzt alles hier in diese Hütte zu schaffen. Wir müssen eh wieder Richtung Staudern. Das ist alles hier kuddeln, muddeln, doppelt und dreifach gemoppelt hier. Ja, das ist... Weiß ich nicht... Weiß ich nicht... Weiß ich nicht... Scheiße! Also, fangen wir mal an. Hier... Ablegen, ablegen, ablegen... Ablegen... Weck... Da lalala... Zack... Hier... Ablegen... Tschüss... Zweimal... Getrocknetes Zeug... Alles klar... Jetzt... Sortieren wir das Ganze ein bisschen... Ah, Hohenschössling... Getrocknete Perm... Getrocknete Darn... Da hin... Frischer Darn... Na, das ist ja mal was ganz anderes, den kommt nie... Frischer Darn... Auch du kommst hier hin... Getrocknet... Noch einer... Die haben wir denn jetzt ein bisschen... Scheiße, ich... Hab ich jetzt echt nur frischen Darn mitgenommen oder was? Getrockneter Pelt... So... Frischer Darn... Du kommst hier hin... Getrocknet... Da hin... Getrocknet... 3... Das sind 3... Frischer Darn... Nickel Pelt... 1%... So... 1%... Komm hier... Der 70er kommt hier hin... Das ist auch nochmal 70... Das ist... Wenn ich... Und da hab ich jetzt echt nur 2x getrocknet und da mitgenommen... Ich Idiot... Echt jetzt... Oh Mann... Ist doch nicht wahr... Ehhh... So... Das heißt also... Wir müssen definitiv dann... Nochmal zurück und... Ehh... Frischen Darn holen... Ehh... 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 Vielleicht ist ja... Also... Ich hab ja noch so einen kleinen Hoffnungsschirm... Weil das in einem von diesen... Wohnwagen-Trailern noch irgendwas war, ne... Ich bin mir aber echt nicht sicher... Ich glaub da war nur so ein kaputter Schlasser... Aber ich hab nicht auseinander gezoppelt... Ehh... Ehh... Wie lange dauert das denn? Ehh... Ich halte da eine Magnesofackel hin... Die mit 5 Millionen Grad am Brennen ist... Ehh... 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 Ehe... Ehh... Ehhh... Eeehh... Ehhh... Ehh... Da ist es wenn ich nicht alleine hier unten ist zum Lilly... Okay. Ich weiß jetzt noch mal einmal von diesem Zeug was nach, damit ich hier noch mal zweieinhalb... Na, machen wir zweieinhalb Liter. Oh fuck. Oh oh. Machen wir's so. Und da ist es aus. Naja, gut. Das heißt für mich, dass ich jetzt hier... Wasserunsicher? Was? Warum? Na, guck mal. Trink erst mal was. Und dann essen wir mal hier diese 100 Gramm Brocken da. Ey, das sind 53 Kalorien im Ernst jetzt. Ey, da ist ja nichts dran. Das ist echt mageres Fleisch hier, ne? Was? Wie viel Wasser haben wir denn jetzt noch? Einen halben Liter. Na komm. Guck wie schön. Das heißt jetzt... Schlafwurzzeit. So. So. Wieso hab ich denn nur neun. Ich mach mir jetzt erstmal Fein und Bogen hier. Also warte mal. Wie sieht's denn hier so aus? Durstig. Kennen wir schon. So. 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 Okay. So. So. Das ist ja Wunderteil hier. Dann müssen wir hier tatsächlich echt nochmal zurückgehen hier, weil ich mache mir jetzt erstmal hier diesen Survival-Bogen. Ach, komm. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Survival-Bogen. Juhu. Sensationell gut hier. So, endlich können wir uns wieder unsere Haut erwehren hier. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Und soll ich euch was sagen? Mit dieser riesen Sensation, dass wir hier uns wieder wehren können, verabschiede ich mich von euch für heute. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.